Ihr werdet irgendwo in einem Büro, beim Serverraum. Verstehe. Kein Kontakt, wiederhole kein Kontakt. Vorsicht, wir sind nicht die Loserangaben. Keine Spur von Fischer. Sicher, dass er im Third Eccolon ist? Ich verstehe nicht, wieso wir alle rausschicken. Wieso lassen wir die Leute nicht einfach hier? Sicher. Kannst die Person nicht sehen. So weiter, wir müssen diesen Freund entbinden. Und sie können Frauen, Kinder oder wen auch immer in die Zeit bringen. Bereicht gesichert. Vorsicht, früher oder später taucht aus. Was soll ich sagen? Wir leben in der Luft. Wir sind nicht die Loserangaben. Nichts zu melden. Das ist keiner von uns. Das muss Fischer sein. Oh, stopp! Wir sind nicht die Loserangaben. Bereich gesichert. Hier, alles okay. Sieht gut aus. Das sagen die Sicherheitssysteme. Fischer wird sich hier bestimmt mal umsehen. Vorsicht. Er muss in der Nähe sein. Such weiter. Hier ist alles ruhig. Kein Fischer, keine Angestellten, gar nichts. Hä? Kacht um. Er muss in der Nähe sein. Vorsicht. Vielleicht sind es mehr als einer. Von Gegnern keine Spur. Nichts zu melden. Bleibt wachsam und meldet alles, was euch ungewöhnlich erscheint. Querst hier. Ich spüre es. Was hat den Alarm aufgelöst? Keine Spur von Fischer. Vielleicht ist nur einer wegen des Stromausfalls durchgedreht. Wachsam bleiben. Meldet euch, wenn ihr... Fischer gesichtet! Was ist das? Und raus mit ihr. Oh! 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 Hier ist nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Fischer wäre auch völlig verrückt, wenn er hierher käme. Vorsicht, Jungs. Er ist hier irgendwo. Gesichert. Scheiße! Verdammter Mist! Habe möglicherweise Kontakt. Position halten. Wiederhole. Position halten. Verteilen. Wir warten hier auf ihn. Zielbereich ist nicht sicher. Wir warten hier. Position halten. Bleibt wachsam. Was? Was? Hup! Nein! Was ist das? 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 Anna hat? Was ist das? Das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kurbin Schön, dich wiederzusehen Hör zu! Fischer! Ich kann's erklären! Diesmal wird niemand kommen, um dich zu retten, André Jetzt raus damit! Was zum Teufel hat Reed vor? Er hilft Megiddo! Er benutzt Third Eklon, um EMPs ins Land und nach Washington zu bringen Ich hab dabei, ich hab dabei geholfen! Warum? Was verspricht Reed sich davon? Die Präsidentin! Nach Zündung der EMPs wollen sie die Präsidentin ausschalten Die Stadtlamm legen und das Durcheinander ausnutzen Heute Nacht! Wieso ausgerechnet die Präsidentin? Ich sag nichts! Sie will nicht mitspielen Megiddo hat den Vizepräsidenten im Sack Reed bekommt eine Medaille Und wird befördert, wenn alles glatt läuft Dieser verdammte Bastard Letzte Frage Sie ist zugleich auch die wichtigste Was weißt du über meine Tochter? Du legst mich um, sobald du's weißt! Bitte! Licht! Ich kassiere nur Schutzgelder! Ich weiß gar nichts über sie! Fischer Wie gesagt, die gaben mir ein Bild und meinten Ich soll ne entsprechende Leiche auftreiben Hab ich häufiger für Third Ecclon gemacht Hab alles gemacht Frag deine Freundin Grimms, das hier Hab mir was für sie gearbeitet Sie weiß mehr darüber als ich! Halt's Maul! Na, noch am Leben? Gut! Nicht wahr? Positionen! Wir schnappen ihn uns! Das soll witzig sein! Warte! No! Zielperson nicht zu sehen! Werfen wir da auf, Granate! Kein Faltenhaus! Vorsicht, Granate! Findest du das lustig? Negativ. Zurzeit keine Spur von ihm da. Habe das Ziel nicht in Sicht! Grim, hab gerade mit unserem Freund Cobin gesprochen. Reed arbeitet mit Megiddo zusammen. Sie haben es auf die Präsidentin abgesehen und wollen ihren Vize an die Macht bringen. Die EMPs sind ein Ablenkungsmanöver. Ja, natürlich. Bei dem Chaos wird so schnell keine Hilfe vor Ort eintreffen. Und sie haben einen netten Terroranschlag als Ausrede. Cobin hat noch andere Sachen erzählt. Ich bin auf dem Weg in dein Büro, Grim. Was werde ich dort finden? Etwas, das schon längst überfällig ist. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Dann besprechen wir alles. Gesichert! Hier ist nichts. Warum ist gesichert? Mann, du bist so... Sieht jemand den Kerl? Oh, ein Scheiß! Andere Position, wir gehen rein! Vorwärts, los, los! Oh, ein Scheiß! Oh! 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 Das war's für heute. Hier ist gar nichts. Wir müssen Fischer schleunigst finden. Ein paar von uns werden Kregelbeet unterstützen. Hier ist alles ruhig. Kein Fischer, keine Angestellten, gar nichts. Alles okay hier. Alles beim Alpen. Keiner hier. Gar nichts. Gar nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF Abschlipp gesichert. Raum ist 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 gesichert. Lass uns gesichert. Keine Spur von Fischer! Hat jemand die Sperrbereiche überprüft? Der Raum ist gesichert. Keine Spur von ihm, er geht auf Nummer sicher. Unser Freund Fischer versteckt sich, verendet das. Keiner hier! Bereich gesichert. Haltet die Augen offen. Er könnte jederzeit wiederkommen. Noch keinen Sichtkontakt zum Gegner. Raum ist gesichert. Das war kein Zivilist mit einer Knarre, das war dieser Bastard von Fischer! Findet ihn und schaltet ihn aus! Alles okay hier! Alles ruhig! Keine Spur von der Zielperson! Geh sicher! Fischer ist noch im Gebäude! Er läuft hier noch rum! Wiederhole! Fischer läuft hier noch rum! Geh sicher! Geh sicher! Keine Spur vom Gegner! Dafür wird der Penner bezahlen! Geh sicher! Geh sicher! Geh sicher! Kein Kontakt mit Fischer! Der rennt immer noch bei uns rum! Gar nicht! Geh sicher! Keine Spur vom Gegner! Haltet die Augen auf! Kein Sichtkontakt zur Zielperson! Seht ihr was? Geh sicher! Geh sicher! Bleib wachsam! Bleib wachsam! Keine Spur von Fischer! Beeilen wir uns! Die Büros sollen heute Abend leer sein! Geh sicher! Noch nichts? Sieht jemand das Ziel? Keiner hier! Keiner aus! und ... ... ... ... Vielen Dank.